Mitten im WAG Wohngebiet befindet sich das Ristorante La Ruffa. Italienische Spezialitäten verzaubern im Einkaufszentrum Muldenstraße alle Liebhaber der italienischen Küche. Wir haben hier eine Holzofenpizza, hier auf meiner Rückseite. Wir vorbereiten die Pizza jeden Tag in einen frischen Tag und natürlich in einer Pizza Holzofen wird es anders. Der Geschmack ist einfach anders von der Pizza. Von Antipasti und Pasta über Holzofenpizza und Fisch bis hin zu Fleischgerichten. Die Speisekarte des Restaurants ist so abwechslungsreich wie die südländische Mentalität. Im Süden sind wir ein bisschen mit warmem Temperament. Und praktisch von dem Essen, wenn wir es immer essen, vorbereiten wir immer viel und immer neue zu vorbereiten. Das Aushängeschild des Restaurants ist die Pizza. Die runde Teigplatte mit verschiedenen Belegen wird nach alter Tradition hergestellt und gebacken. Den besonderen Geschmack erreicht die Pizza durch den Holzofen. Ja, der Geschmack ist anders, wie es mit Holz gemacht wird. Und das guckt einfach anders als elektrisch offen. Für Weinliebhaber gibt es auserkorene Weine, weiß und rot zum Genießen. Für die Fische ein Weißwein und für die Fläche so ein Rotwein. Auf der Pizza trinken wir auch gerne Bier in Italien oder Rotwein. Für den süßen Gaumen empfiehlt der Besitzer Angelo. Panna Cotta, Tiramisu, Crema Catalana und unser Chef macht jeden Tag was Neues. Und im Sommer haben wir ja draußen einen Eissalon mit dem Eis von Surace. Wir verkaufen mal auf der Straße Eis und Becher im Lokal auch. Italien gleich um die Ecke. Im Einkaufszentrum Muldenstraße können sie italienisches Flair erleben, italienische Küche genießen und vielleicht auch ein paar italienische Wörter lernen. Wir haben dieses Restaurant wirklich mit Herz gemacht. Für die Leute, die hier in der Nähe wohnen. Schauen Sie doch vorbei, das Restaurant de la Ruffa freut sich über Ihren Besuch.